Februar 2020. Die Zeit vor der Pandemie und den eingeschränkten Möglichkeiten. Unsere passenden Bilder zum Faschings-Dienstag kommen aus dem vergangenen Jahr. In der Bergstadt Schneeberg gab es 2020 noch mehrere Faschingsveranstaltungen für Groß und Klein. In der noch jungen Pandora am Filzteich ging die Faschingssause nach der Premiere im Jahre 2019 in die zweite Runde. Kostümierte Gäste konnten im Rahmen eines großen Kostümwettbewerbes tolle Preise gewinnen.